Übungen, die machen wir dreimal durch. Dann zeige ich dir die neuen zwei Übungen, die wir auch wieder dreimal durch machen. Okay? Wiederholungsdatum. Jeweils 16. Okay. Gut. Also, du bleibst hier. Ich zeige dir Übung 1. So. Hände locker am Hinterkopf. Leicht gebeugt. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Acht. Acht. Übung 2. Den Skater. Ja? Hier gibst du Gas. Und holst hinten die Ferse so hoch wie möglich. Okay. Beide Übungen. Einmal durch. So. Komm mit mir in die weite Position. Mach dich groß, mach dich lang. Finger locker am Hinterkopf. Bleib aufrecht, bleib gerade. Achtung, wir starten. Achtmal mit Knies. Für mich ist es rechts. Hopp. Tief. Hopp. Knie-Ellenbogen-Combination. Drei. Zwei. Achtung, wechsel dein Bein. Acht. Sieben. Sieben. Sechs. Fünf. Dreh dich. Vier. Drei. Zwei. Gib mir den Skater in schnell. Wuhu. Hopp. Hopp. Ferse hoch. Arme nimmst du mit. Spring rechts, links. Halt. 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 Gleich bist du durch. Hopp. Hopp. Achtung, Finale. Vier. Drei. Kniebeuge. Hopp, hopp, wuhu, lass wackeln, mach dich selber stolz, Achtung, hopp, acht, sieben, sechs, fünf, bist du da? Und sieh, halleluja, wuhu, Skaterboy, okay, du machst weiter, ich muss meinen Schuh binden, wuhu, zehn, neun, okay, bin wieder bei dir, halte durch, festmachen. Hopp, hopp, finale, vier, drei, Kniebeuge mit Knie, sieben, wuhu, hopp, 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 drei, zwei, Achtung, wir wechseln Bein, acht, sieben, dein erster Block. Und du ziehst es locker durch, vier, drei, zwei, Skater, hopp, hopp, Ferso, wuhu, Arme nimmst du mit. Atme ruhig, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, Hammer, locker Jogging. Wuhu, erster Block, Haken dahinter, Community, ihr seid super. Okay, bleib bitte hier, ich erkläre dir, Übung Nummer, eigentlich kann man sagen, drei und vier. Okay, du bist hier, atme tief, atme ruhig, durch die Nase ein, über den Mund aus. So, wir machen einen Ausfallschritt, tief und Knie. Okay, auch hier, acht, acht. Gut, dann bleibst du hier und wir machen einen Repeater, heißt Knie. Okay, wenn du sagst, ich habe ein gesundes Knie und ich kann mehr, dann gehst du bitte hier nach unten und machst den Repeater hier. Okay, du entscheidest, welches Niveau, welches Level du mitkommst. Gut, okay, dann wollen wir mal. Starte mit Bein, drei, zwei, jetzt. Schief, hoch, schief, hoch. Ja, und die Arme nimmst du mit. Vier, drei, zwei, Achtung, schneller Beinwechsel. Acht, sieben, sechs, belaste deine Ferse. Vier, vier, Arme, drei, Arme, Achtung, Repeater schnell. Das hier ist Level 1, wenn du möchtest, mach Level 2. Wuh, hopp, hopp, hopp. Zieh deinen Fuß an deine Bade. Zieh, 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 zehn, neun, acht. Oder hier oben, sieben. Bist du noch da? Wuhu, gleich bist du durch. Vier, drei. Oder hier, vier, drei, zwei, komm hoch. Wuhu, ganz kurz ankommen. Okay, Ausfallschritt. Starte unten. Und hoch, tief, hoch, tief. Hopp, vier mehr. Drei, zwei, schneller Beinwechsel. Acht, sieben, sechs. Ich höre dich noch nicht. Komm, wie viel hast du noch? Ja. Wuhu. Okay, bleib hier. Repeater. Bleib hier. Level 1. Oder Level 2. Fuß an Bade. Töp, 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 töp. Bist du noch da? Und jetzt Vollgas. Ich weiß, du kannst es. Komm, ich bin bei dir. Acht, sieben. Zieh durch. Sechs, fünf. Wuhu. Vier, drei, zwei. Locker Jogging. Komm nach oben. Kurz wieder akklimatisieren. Okay. Dritter, letzter Durchgang in diesem Block Nummer zwei. Ausfallschritt. Jetzt. Hopp. Hopp. Und zieh bis zum Dekolleté. Jetzt. Dekolleté. Achtung, Wechsel. Acht. Sieben. Der dritte Durchgang. Machen wir den Repeater schnell. Rechts, links. Okay. Achtung. Repeater. Jetzt. Du entscheidest. Bist du hier? Oder bist du hier? Ja? Wenn du unten bist, drehst du das Knie nach außen und holst den Fuß an die Wade. Acht mehr. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Juhu. Komm auch. Wechsel. Runde zwei. Und somit Finale. Wenn du möchtest, tauche mit mir ab. Hände. Dreh dein Knie auf. Acht. Sieben. Sechs. Wo bist du? Öffne dein Knie nach außen. Jawohl. Bauchnabel innen. Vier. Drei. Zwei. Locker Jogging. Wuhu. Sei stolz auf dich. Hast du super gemacht. Bleib wieder in Bewegung. Und ich zeige dir Übung Nummer fünf, Übung Nummer sechs. Lock drei ist der letzte im Stehen. Dann gehen wir auf die Matte. Okay. Ich zeige es dir. Jump. 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 Die Ellenbogen eng und zwischen die Knie. Okay. Öffne optisch zu einem X. Übung eins. Übung zwei. Jogging mit Knie oben. Ja. Hier entscheidest du. Level eins. Oder Level zwei. Du entscheidest. Ich bin da. Okay. Dann lass uns loslegen. Jump. Jump. Yes. Vor. Rück. Vor. Rück. Versuch mal. Ausatmen. Ein. Aus. Ein. Zehn. Neun. Spannung. Acht. Zü. Sieben. Zü. Wichtig ist diese Spannung. Behalten. Vier. Drei. Zwei. Jogging. Runde eins. Wuhu. Level eins. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ja. Schulter geht ein bisschen mit. Oder Level zwei. Die zweiten acht. Acht. Sieben. Sechs. Ich hör dich nicht. Komm. Wir kämpfen und beißen. Dein Workout. Du willst Ergebnisse. Vier. Drei. Zwei. Jump. Hopp. Zieh. Zieh. Mach dich fest. Hopp. Klein. Groß. Acht. Sieben. Sechs. Knie. Beuge. Achtung. Jogging. Stufe. Eins. Stufe eins. Wenn du möchtest, kommst du mit in Stufe zwei. Ab jetzt. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Komm, mach dich fit. Mach dich fit. Jawohl. Klauber nicht. Vier. Drei. Dritter Durchgang. Jump. Hopp. Hopp. Juhu. Atme aus. Eins. Aus. Und wegen Schieber. Nicht nachlassen. Finale mit acht. Sieben. Auf die Ferse. Hopp. Ferse. Vier. Drei. Zwei. Jogging. Stufe eins. Juhu. Locker geht mit. Fest machen. Vier. Drei. Level zwei. Finale. Komm. Und jetzt kannst du es. Halte durch. Juhu. Juhu. Vier. Drei. Zwei. Juhu. Mega hammer gut. Super. Ich bin stolz auf dich. Hast du gut gemacht. Bleib in Bewegung. Fahr den Puls. Etwas nach unten. Und wie versprochen. Das war das letzte im Stehen. Gleich gehen wir nach unten. Schön war. Wuhu. So. Bleib kurz hier. Atme ein. Atme aus. Nochmal. Atme ein. Und aus. Öffne deine Rippenbögen. Letztes Mal. Schüttel mal die Füße und die Beine aus. Ich bin so stolz auf dich. Hast du gut gemacht. So. Trink kurz was. Und dann geht es weiter. Prima, wenn du eine Matte hast. Und dann geht es weiter. Tuh. Oh. 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 So, da bin ich wieder. Die kaufst du auch noch. Also, wie gesagt, wenn du hast, gerne jetzt mit Mathe. Das wird auch ein bisschen bequem haben. Okay, wie starten wir? Mit Burpees. Ja? Das heißt jetzt nicht, nur weil wir unten sind, wird es jetzt gemütlicher. Nur ein bisschen vielleicht. Also, Burpee heißt, wir machen die Variante. Komm mal bitte nach unten. Liegestützt frittisch. Okay? Lange Wirbelsäule. Jump. 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 Hoch. Eins. Zwei. Eins. Und jetzt erst hoch. Okay? Einen bleiben die Hände unten. Und beim zweiten kommen die Hände mit und du ziehst dich lang nach oben. Okay, was passiert in Übung zwei? Hier bist du. In der Bauchlage. Ja? Beine oben. Arme oben. Und wir gehen über Kopf. Kopf. Ja? Einfach nur über Kopf. Und zur Seite. Hier bleibst du deutlich oben. Weg vom Boden. Okay. Dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Komm mit mir nach unten und tief in die Liegestütze. Position. So. Vier. Drei. Einen Jump nach vorne. Jetzt aufstehen. Tief. Und wieder aufstehen. Einen. Und hoch. Nummer drei. Nummer vier. Komm. Hopp. Nummer fünf. Nummer sechs. Wuhu. Nummer sieben. Und Nummer acht. Das ist hier der letzte. Bauchlage. Beine Hüftigkeit anheben. Arme. Über Kopf. Und. Hopp. Hopp. Schau mal. Hier drehen sich deine Hände mit Daumen, die zur Decke zeigen. Dreh. Acht mehr. Sieben. Sechs. Zehenspitzen anziehen. Lass die Beine oben. Vier. Drei. Zwei. Und wieder Hände absetzen. Füße absetzen. So. Burpee. Runde zwei. Komm nach oben. Starte. Jetzt. Und hoch. Hopp. Und hoch. Wuhu. Und hoch. Nummer drei. Nummer vier. Hey. Nummer fünf. Hey. Nummer sechs. Wuhu. Wuhu. Bleib. Und wir gehen in die Bauchlage. Hüftenheit anheben. Arme schweig aus. Achtung. Über Kopf. Jetzt. Hopp. 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 Zieh die Beine hoch. Zieh sie hoch. Atme aus. Ein. Aus. Ein. Hoch. Bleib oben mit den Armen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Du hast es. Du hast es. Vier. Drei. Zwei. Und wieder Hände unter Schulter. Füße aufgestellt. Liegestützt Position. Okay. Letzter Durchgang. Jump. Und hoch. Wuhu. Nummer zwei. Ob, ob. Drei. Hey, ho. Vier. Popo bleibt unten. Hoch. Fünf. Wie viel haben wir? Sechs. Ruhu. Sieben. Und der letzte. Und der letzte. Auf geht's. Komm. Bauchlage. Wuhu. Füftenheit hoch. Arme. Oberkörper hoch. Starte. Hopp. Doppelkinn. Wuhu. Komm. Dreh die Hände. Hopp. Hupf. Zehn. Bisschen höher. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Halte durch. Vier. Und bisschen höher. Bisschen höher. Zwei noch. Und ab. Wuhu. So. So. Schön war's. Dreh dich. Okay. Ich hoffe, ihr schwitzt genauso wie ich. Ich muss mal ganz kurz hier Schweiß wegmachen. Boah. Hopp ist bei euch auch von der Nasenspitze. Ich hoffe, dass wir so ähnlich aussehen. Ja. Okay. Dann lasst uns weitermachen. Wir gehen auf die Hände. Die Fingernägel zeigen zum Boppel. Schulter nach hinten tief. Becken heben. Ein Bein. Beziehungsweise Ferse. Richtung Decke. Ja. Wir gehen hier. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Acht. Acht. Okay. Dann drehst du dich auf die Unterarme in die Plank Position. Hier machen wir den Climbarm. Und ziehen die Beine rechts, links schnell an. Ja. Wichtig ist, lass den Popo unten und den Bauchnabel innen. So. Wollen wir loslegen? Jo. Also gut. Dann würde ich sagen, nehmt Position ein. Ihr macht mich fertig. So. Fingernägel zum Boppel. Schulter nach hinten tief. Hüft. Behalts in die Tüche geöffnet. Becken hoch. Dein Lieblingsbein zur Decke. Let's go. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Auch den Blick zur Decke. Und bleib aus der Schulter. Achtung. Seitebein wechseln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und wieder ab. Dreh dich. Bauchlage. Plank Position. Unser Climber. Aus der Schulter. Halte. Halte. Schwanenhals. Bauchnabel innen. Pipi halten. Rechts, links im Wechsel. Bauchnabel innen. Hopp. 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 Wie gesagt, wichtig, dass der Popo unten ist. Bauchnabel innen. Wuhu. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Komm mit, komm mit. Vier. Drei. Zeig deinem inneren Schweine. Und jetzt. Achtung, fertig. Sieg. Wuhu. So, dreh dich. Wir gehen wieder auf die Hände. Fingernägel zum Boppel. Schultern nach hinten tief. Becken hoch. Starte. Bein. Acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Guck nach oben. Guck nach oben. Lächeln. Jau. Seite wechseln. Acht. Sieben. Ich weiß, du schaffst es. Ich bin bei dir. Komm, 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 komm. Vier. Drei. Zwei. Und ab. Plank Position. Auf die Unterarme. Schwannenhals. Halte. Halte. Ab. Die Zeit gehört nur dir und deinem Körper. Okay? Kleinwacht. Ab jetzt. Hut. Ha. Hut. Ha. Hut. Ha. Juhu. Komm, du bist bei zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Juhu. Und ab. Und ab. Und ab. Drei. Dritter. Letzter Durchgang. Wow. Bauer. Ihr macht mich so stolz. Also, Schulter nach hinten tief. Becken hoch. Hol nochmal tief Luft. Blöde ein Bein. Ferse zur Decke. Wir starten. Acht. Sieben. Sechs. Und jetzt. Und jetzt geht nochmal alles. Geht nochmal alles. Vier. Drei. Zwei. Achtung. Beinwechsel. Und. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Community. Halte durch. Und ab. Wuhu. Plank. Auf die Unterarme. Schwanenhals. Füße aufgestellt. Halte. Halte. Drei. Zwei. Climber. Hopp. 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 Wuhu. Wuhu. Hopp. 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 Zehn. Neun. Acht. Ist der Puppe unten? Natürlich. Und jetzt erst recht. Vier hast du noch. Drei. Wuhu. Zwei. Und fertig. Wuhu. 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 Wie geht's euch? So. Lass uns starten in den letzten Block. Ich schwitze. Wuhu. 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 Nach unserem letzten Intervall Workout Video hatte ich zwei volle Tage Muskelkater. Wuhu. 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 Gebeugt, ja. Jetzt sagst du auf den Rücken. Muss man hier kurz das Mikro drehen. Und wir ziehen Beine auf eine Seite, Oberkörper auf die andere. Ja, das wir die diagonalen Bauchmuskeln machen. Hier machst du acht rechts, acht links. In der Mitte machen wir kontinuierlich zweimal acht am Stück. 16. Okay. Wenn es sonst nichts ist, dann komm, auf geht's. Füße zusammen, Knie offen, runde Wirbelzäule. Achtung, wir starten tief hoch. Jetzt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Mein Kabel. Mama, ich ziehe das wieder aus. So, wo bist du? Du brauchst mich gar nicht, gell? Noch vier. Drei. Zwei. Und bleib. Beine auf eine Seite. Rückenlage. Arme auf die andere Seite. Acht Stück. Acht. Sieben. Sechs. Zieh auf. Schulter. Vier. Drei. Zwei. Seite wechseln. Nahtloser Übergang. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und wieder Mitte. Knie offen. Fuß und Sam. Vier. Drei. Zwei. Let's go. Hopp. 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 Kannst du noch? Ha ja. Wir sind im Finale. Du hast noch zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Holla die Walfi. Und jetzt erst recht. Vier. Drei. Zwei. Bleib oben. Woo. Beine wechseln. Auf eine Seite. Habe ich ein Loch in der Hose? Nee. Ihr sagt mir, wenn ich ein Loch in der Hose habe, gell? So. Rückenlage. Arme dagegen. Und wir ziehen. Acht Stück. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Kannst du noch? Juhu. Du machst mich fertig. Zwei. Achtung. Wir wechseln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Schulterdreh mit. Vier. Drei. Zwei. Bleib liegen. Wuh. Haben wir schon alle drei? Einen haben wir noch. Okay. Komm. Das wird der Schönste. Fuß holen zusammen. Knie öffnen. Kopf. Schulter hoch. Community. Na komm schon. Ich kämpfe nicht alleine. Ich kämpfe nicht alleine. Wir sind zusammen. Wir kämpfen gemeinsam. Und bringen das Ding nach Hause. Du bist Espresso. Kein Blümchencafé. Acht noch. Sieben. Sechs. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Bleib ober. Beine wieder auf eine Seite. Oberkörper dreht. Komm tief. Und zieh dagegen. Acht Stück. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und Beine wechseln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Wir kämpfen. Letzter. Juhu. Und jetzt bleib liegen. Oh. Wow. Wie geht's dir? So. Das Training war der Hammer. Wenn du in den ersten ein, zwei Minuten sagst, ich mach heute nichts mehr. Ich bleib einfach nur liegen. Ja. Und wenn wir dieses Ziel erreicht haben, bin ich so stolz auf dich. Dann haben wir richtig was geleistet heute. So. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hoffe, meine Wünsche für dich sind eingetroffen. Du hattest Spaß. Du bist K.O. Du hast geschwitzt. Die Zunge war auch mal am Boden. Ja. Aber spätestens jetzt sollte dieses Glücklichsein kommen. In diesem Sinne. Alles Gute. Bleib gesund. Bis hoffentlich bald. Deine Nadine. .